das schlüsselloch von joachim ringelnatz das schlüsselloch das im haupttor saß erlaubte sich nachts einen spaß es nahten studenten mit schlüsseln in händen da dachte das listige schlüsselloch ich will mich verstecken um sie zu necken worauf es sich wirklich seitwärts verkroch alsbald nun tasteten die studenten suchend fluchend mit händen an wänden und weil sie nichts fanden zogen sie weiter schlüsselloch lachte heiter die herren erreichten ihr zimmer nimmer eigentlich war die sache noch schlimmer ich selbst war nämlich bei den studenten doch lassen wir es dabei bewenden